Jetzt machen wir das Eigentliche einbrennen, das heißt, wir schalten hier wieder ein. Ich mache 8 Karten hier raus, fülle den Boden mit Öl, lehre jetzt diese Kartoffelstalle dazu. Man hat manche Salz dazu, Salz die nur dazu, diese positiv-negative, diese Ione bindet die freie Stoffe eigentlich. Das ist ein bisschen Edeka-Kartoffel, das sieht man ja, die wird man eh beschneiden, das ist wunderbar. Ich schließe auf 9 hoch, schau dir. Ich schließe jetzt 9. Das nächste Mal zwischen der Temperatur, 260 Grad. Jetzt geht es ja wieder auf die Wiener drin. Einfach noch mal die Wiener drin. Jetzt geht es auch gleich wieder auf die Wiener drin. Ich gucke, dass man mal weiß, wie das kauft. Jetzt raufe ich schon ganz schön ordentlich. Vielleicht sieht man es da. Ein wichtiges Auge. Autsch, das heißt. Man sieht ja jetzt schon eigentlich, bei der normalen Pfanne wäre das schon längst angekommen. Also, ich mache den jetzt bei der Temperatur von 300 Grad. Bei der 300 Grad Pfanne, bei 300 Grad brennt bei der normalen Pfanne einfach das Zeug schon ab. Das ist ein hartes Schloss. Diese Rauchentwicklung steht halt dieses Öl jetzt, was da so heißer herkommt. Cool. Vor kurzen Bedenken, was da so rauchig aussieht, das ist auch rauchig, ja. Also, wenn du jetzt hier einen Rauchmelder hättest, dann wäre der schon längst bergstage. Aber, man sieht, das brennt ja schon nicht mehr an. Bei 300 Grad müsste das schon längst angebrannt sein. Und zwar nicht nur schwarz, sondern angebrannt auf dem Metall. Tut es nicht mehr, okay? Das ist das Coole dran. Schauen wir mal diese Burmings an. Das sind mal schwarze Kartoffeln. Ja. Und, das Coole dran ist, man sieht, das brennt jetzt schon nicht mehr an. Ist halt so, ja. Bei den Zereinenplatten müsst ihr aufpassen, nein, Zereiner, bei den Glasplatten müsst ihr aufpassen, dass sie nicht springen, wenn die so hohe Temperaturdifferenzen sind. Kommen wir mal Temperaturmesse. Temperaturmesser. Wir sind bei 280 Grad. Das hält keine Teflonpfanne aus. Also jetzt nur so als kleine Vorfreude. Das bringt ja nicht mehr an. Das ist doch das mega coole. Zumindest kannst du also Sachen wie in dieser Metallpfanne Fleisch oder Kartoffeln solche Dinge locker machen. Weil, mal kurz angeschaut, das hier, das hat jetzt ungefähr 300 Grad. Da brennt jeder Scheiß an. 300 Grad haben wir hier. Da brennt dir alles ein, was du auch immer irgendwo in der Küche hast. Das muss jetzt nur noch raus tun. Auswischen mit Wasser. Mit Wasser auswischen. Tuch nehmen mit Wasser auswischen. Und dann hat man die beste Pfanne, die es gibt, okay? Mit einfachen Sachen hergestellt. Recycling. Trau dich was in deiner Experimentierküche. Jetzt machen wir das Kent jetzt aus. Dann kommt es raus. So sieht es halt dampfig aus jetzt. Bevor ich das jetzt wegleerse, so sieht es in der Sonne aus. Nichts angebrannt. Einfach ausklärt. Das wäre jetzt normalerweise gerade gegangen, wenn es angeklebt wäre. Müssen wir auswischen. Dann kann man die so ganz normal weiterverwenden. Das ist jetzt noch Salz. Das Salz kann weg. Und die dürfen wir jetzt halt nicht mit Spülmittel sauber machen. Sondern einfach so lassen, wie es jetzt ist. Und somit ist das jetzt die beste Pfanne. Das ist Öl übrigens. Öl und starke oder verbrannte starke Rechte. Ölrechte. Das kann man dann auch mit ein kleines bisschen Öl wieder einreiben. Aber das ist eher dünner. Dann macht man es jetzt so, dass man die ein kleines bisschen einreift. Und dann drinnen lässt. Warum macht man das so? Das macht man deshalb so, dass man nicht. Dann müssen wir vielleicht so kleine Filmen hinter. Die jetzt ins Ding rein. Und die Appelhalle. Als neue frei. Allein. Allein. Der rein. Der rein.